Das haben wir für die AK ein bisschen, Muni. Wow. Ja, das solltest du. Du solltest vorsichtig sein. Oh, das ist eine schöne Burg. Schöne Burg. So was müsste ich in Minecraft nachbauen. Jump in! So, jetzt hier hoch. So, ich hoffe jetzt... Oh, ja. Das kracht ab. War ja klar. War ja irgendwie klar. So, und jetzt hier runterfallen lassen? Oh, ich dachte schon gerade, Alter. Manchmal denke ich, ich sterbe. Ja, ihr habt mich nicht gesehen. Warum haben die mich eigentlich jetzt schon gesehen? Das verstehe ich nicht. Aber auch gut. Umso besser für mich. Oh, hier sind sie fallen. Ich seh's. Oh, alle drei genutzt. Mein Headshot, Alter. Bam. Los, lad nach. Break. Oh. Hey. Boom. Der stirbt. Der stirbt. Der stirbt doch. So, waren das alle? Ich glaube, ich hab die gerade alle wirklich mit der... ...granate weggebeicht. Also nicht mit der Granatenwerfer. Da kommt doch noch welche. Scheiße, das ist dumm, dass ich da runtergegangen bin. Ich seh hier die Dinger. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht... ...in die reinlaufe. Am besten grad hier schön außen rum. So. Und da sind wir an der Festung angekommen. Wie's aussieht, oder Burgfestung. Und schaut euch diese hübsche Aussicht an. Äh, wow. Alter, ich dachte grad, ich fall runter. Weil die Sicht grad so komisch geht. Aber das war halt nur wegen der Burg. Kapitel 5. Die Festung. Na, das ist doch ne Festung. Also... ...lag ich nicht so falsch. So, dann müssen wir anscheinend jetzt hier die Mauer hoch rushen. Ja, ich mach's ja im besten sicherheitshalber mal so. Ich mach lieber nochmal. Äh. Oh ja, die Dinger krachen ab. Gut zu wissen nochmal. So, dann hier runter, dann rüber und rüber. Ah. Das war knapp. Und das kommt auch ab. So. Und einmal da hoch. Gott sei Dank. Na, da nicht lang. Hier lang. Was denn jetzt auch noch nicht? Es liegt ja noch was? Nee. Da liegt nix mehr. Aber hier müssen wir raus. Boah, das darf nicht wahr sein. Oh, hier war ich doch schon mal. Als ich das gehört hab, hier den Teil, da hab ich mir gedacht, hey, bin ich wirklich im Kreis gelaufen. Dann hab ich die ganze Zeit versucht, irgendwie vergeblich einen Weg zu finden. Aber ich musste da eigentlich lang. Das hab ich dann erst bei YouTube, als ich dann geguckt hab, hab ich mir so gedacht, hä, what the fuck, Alter, was muss ich machen? Das hat mich dann so richtig gewundert. Dann hab ich das erste Ding nach 20 Minuten oder so rausgefunden, dass ich da doch lang muss, wo ich eigentlich lang gelaufen bin. Weil der da halt gesagt, hey, war ich schon mal, hab ich gedacht, ich bin wirklich im Kreis gelaufen. So, dann rushen wir uns jetzt mal einmal durchs Fenster. Da liegt noch was? Ne, die wollte ich nicht aufsammeln. Ich will meine Pistel behalten. Pistel ist Peste. Ja, da sind wieder Gegner. Ja, komm, wir machen ein bisschen Action. Hä, wer hat denn... Ernsthaft? Hä? Wer hat mich gesehen, bitte? Es konnte mich nur der eine sehen. Und er hat mich einfach nicht gesehen. Er war umgedreht. Der konnte mich gar nicht sehen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. So, der hat Headshot gekriegt. Ne, die wollte ich nicht. Wo sind die? Ah, da hinten ist noch einer. Hallo. Wo steht noch einer? Ist da? Ist hier noch einer? Alter. Bap. Los, jetzt geht's ein bisschen... Jetzt gehen wir mit der AK rein. Die haben wir rasiert. So, der hat die wollte ich. Dann geht's hier weiter. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, an dieser Stelle hier... Das müsste die sonderbare Reliquie sein, wenn ich mich nicht täusche. Falls ihr die Trophäe haben wollt. Ich glaube, das müsste die eigentlich gewesen sein an der Stelle. Und ja. Das war jetzt einfach mal ein Schatz, den ich eingesammelt habe. Ich wette, hier ist bestimmt auch noch ein Schatz. Oder auch nicht. Ja, egal. Ich suche da jetzt nicht weiter. Ich mache jetzt hier nicht die Schätze, sondern einfach die Story. Ja, hier ist keiner. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Ach komm, hört auf mich abzuschießen. Der legt immer noch. Das war abschießen. So, den haben wir auch genutzt. Da oben steht noch einer. Den lassen wir da mit weg. So, und jetzt... Die brauchen wir nicht. Einmal da rüber. Hier ist irgendwo noch einer. Ja, da ist einer. Ich habe ihn gesehen. Hat er sich da versteckt? Hätte er gedacht, der würde mich überraschen. Hat er aber nicht. So. Da ist unser Fallschirm. Da gehen wir jetzt hin. Ja, da muss ich drauf. Hier. Da. Na gut, ich kann auch hier drauf. Und da sieht man... Ja gut, der geht direkt da drauf. Tja, was ist das wohl davon? Und ich hoffe, ich kann... Ja, ich kann nicht mehr nach hinten in die Ansicht reingucken. So, dann müssen wir hier mit dem Kabel runter. Und eine kleine Filmsequenz. Lilly. Was zum Teufel macht sie da? Hallo? Buka Pintu. Ich feiere diese Filmsequenz so, ich feiere die echt so, die ist so geil. Äh, da müssen wir das Schloss kaputt... Nein, ich wollte... Ich hab's doch... Ah, ich hab's doch drauf geschossen, Scheiße. Ahm. So, jetzt gesagt, ein bisschen Action hier. Von woher kennen die meinen Namen? Wo ist der? Warte, unten. Und runter. Und hier geht's runter. Und jetzt ist die schöne Musik vorbei. Schade. Die ist so episch, die Musik. Ich mag immer, wenn's hier so Kämpfe gibt, dann gibt's hier so schöne Musik. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Da müssen jetzt glaube ich auch irgendwo... Ja, da hinten ist einer. Ach, crap. Da kann ich aber da dagegen schießen. Nein, ich will mich da nicht dran hängen. So, jetzt gehen wir noch hier rein, weil hier sind auch noch zwei Gegner. Oder ein Gegner. Oh, der ist schon tot. Weil hier gibt's glaube ich, äh, ein... Ja, das Ding hier. Das ist glaube ich ganz gut. Aber... Ja gut, wir haben jetzt noch die Gun, die jetzt irgendwie... Wo ich nur fünf Shots hab. Aber das werden wir, glaube ich, hinkriegen. Ich meine, ich bin hier auf einfach und... Ich denke, so schwer wird das nicht sein. Na, hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Verdammter Mist, wo kommen die alle her? Oh, den hab ich noch genutzt. Wo sind noch welche? Fuck. Ups. Nein, ich will nicht sterben. Kacke. Alter, das war jetzt richtig knapp grad. Na, ich will nicht hier in die Deckung... Ah, das fackt ab. Halt ihn auf! Der sterbt auch. Hier ist noch einer. Den hab ich noch. Waren das alle? Ich hoffe. Ne, es war nicht alle. So, jetzt hab ich aber alle, denke ich mal. So. Das haben wir... So, dann gehen wir da hoch. Müsst, glaub ich, klappen. Ja, danke. Und einmal da rüber. Weil wir müssen jetzt da oben hoch, um das Tärchen aufzumachen. Da hab ich auch, glaub ich, als ich das gespielt hab, ich wusste einfach überhaupt nicht... Ah, ich wusste überhaupt nicht, wo ich lang muss. Ich hab irgendwie die ganze Zeit hab ich da... Ich bin da wirklich lang gegangen. Und ich hab mir so gedacht, hä, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Und dann... Ja, bin ich hier gelandet. Nach... Mal wieder einem YouTube-Video gucken, weil ich das am Anfang gar nicht gesehen habe. Ich hab das irgendwie gar nicht realisiert. Ich bin da dann irgendwie so... Fünf Minuten da rumgerusht in dem... In dem Teil da jetzt, wo ich grad war. Und hab mir so gesagt, hä, was muss ich machen? Um dann das hier zu sehen. Ah, ich will das immer noch gedrückt halten. Das ist zur Gewohnheit. Ich muss es mal angewöhnen, das immer... So halt so... Tippen, anzutippen. So, dann gehen wir direkt auf die andere Seite. Nein, jetzt steigt der Wasserspiegel an. Und dann können wir hier auf die Seite. So, ich warte, bis ich dran kann. Kann ich dran, danke. Dann da hoch... Und so... So... Ich hoffe, wir kriegen das jetzt noch hin in dem... Teil jetzt, in dem Part, sag ich jetzt einfach mal. Ich meine, ich mache jetzt... Mache keine Abmoderation jetzt hier in dem Teil immer, aber ich glaub... Okay. In... Einer Minute, zwei Minuten sollten wir das, glaub ich, das Kapitel fertig kriegen. Hoffe ich mal. Ja, Kapitel 6. Das ist schon mal gut. Schlüssel zur Vergangenheit. So. Ja, wo ist Elena? Das ist eine gute Frage. Wir haben sie grad eben gesehen, aber jetzt ist sie irgendwie verschwunden wieder. Moment mal. Moment mal. Was kann denn dem Turm so wichtig sein? Ja. Oh, Alter. Das hat mich grad richtig voll erschrocken noch, Alter. Ach. Ab. 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 Hey. So, ich hoffe, das waren alle. Jetzt muss ich... Wo muss ich hin? Ah, AK würde ich gern wieder haben. Ja, danke. Da nicht. Nee. Ich kenn's hier. Ah, super. Hier ist nur Schrotz. Genau, was ich brauchte. Wo muss ich nochmal lang? Ah, da oben ist doch ein Trepp. Ah, hier ist noch... Moni? Schrotz ist immer gut. Ich nenn die immer so. Also nicht wundern. Hä? Von wo? Maaaann. Mich kriegt ihr nicht. Ihr kriegt mich niemals lebend. Aha. Was ist das? So, dann müssen wir hier einmal das Tor aufmachen. Das Törchen. Ich würde schon Törchen sagen. Ah, nein, das Tor müssen wir aufmachen.